Mario Kart 8! Hey Donnerdon, YouTube Mario Kart! Und, wer ist noch dabei? Natürlich ich! Der große Verlierer! Der große Verlierer! Ich habe meine Wunden geleckt, noch andere Sachen geleckt, wurde zum Shy Guy und jetzt komme ich zurück! Comeback in Hyrule! Oh, ich bin, äh, was habe ich genommen? Vergessen! Katzenpeach! Du spielst immer irgendwas mit Fell und das ist unfair! Okay, das ist die große Runde, wo wir heute zeigen werden, wie man richtig driftet, also ich eher weniger, aber Quantum hat gesagt, er kann's, er kann's jetzt, er will's zeigen und ich bin gespannt! Da hat einer 5800 Münzen oder Punkte oder... Oh Gott! Ja, der ist nicht gekauft! Ja, der ist ja ein absoluter Experte! Und... Go! Was für'n Start! Ich, äh, komm... Ich weiß gar nicht, wo ich bin, aber Hyrule! Zelda! Und werde schon getacken! Geil! Ich hab'n Rubin bekommen! Oder ein Smaragd in dem Fall! Och ne! Wuhu! Und schon wieder bin ich letzter wegen dir! Guter! Weil du nie weißt! Und der nächste Panzer! Warum denn immer auf mich? Ist das irgendwie so ne Verschwörung? Du bist nicht so süß wie ich! Bitchy! Und ich bin letzter! Gewohnt letzter! Gott, so soll's sein! Ich kenn' mich hier überhaupt nicht aus! Oh, Gott sei Dank! Wenigstens ein Stern! Und jump! Ach ja, sie hat gute Moves drauf! Das muss man mir lassen! Nein, ich bin aus dem... Nein, ich bin... Es geht, es geht, es geht, es geht, es geht! Nein, da ist ja ne Kurve! Oh, yes! Rakete! Aus dem Weg! Perfekt! Oh, da ist er wieder! Da ist er wieder hier im Rennen! Er ist nicht letzter! Alles klar! Bring mich nach vorne, Baby! Bring mich nach vorne! Das geben! Da vorne seh' ich Josh! Das ist ein krasser Typ, dieser Josh! Nein! Nein! Die Kurve nicht! Da ist ja Quantum! Der ist Zweiter gewesen die ganze Zeit! Ich hab... Weiß nicht, was du meinst! Nein! Ich hab's versammelt! So, jetzt bin ich vor dir! Gott sei Dank! Quantum down! Nein! Ha! Nein! Blitz! Wer war das? Ich hab kein Item! Hast du ein Item? Ne! Oh, und da kommt die Rakete und zischt an uns beiden vorbei! Dieser blöde Blitzkrieg! Ja, Quantum hat wieder einen Stern oder sowas! Ne! Ich bin's nicht! Wir sind uns! Okay! Jetzt aber, komm! Yes! Rakete! Och ne! Du kriegst immer diese verdammten Raketen! 99, 99! Er hat sich das Raketen DLC geholt! Noch eine Rakete! Och ne! Wie kann man so unfair sein? Ist das irgend so ein Bonus, wenn man kacke ist? Ist das der Ich-bin-kacke-Bonus? Oh man! Besten! Komm in die Rakete! Komm schon, komm schon Rakete! Spalter! Ja! Dritter! Mann! Das gibt es nicht! Quantum! Ich... In der nächsten Runde! In der nächsten Runde! Ist das geil! Oh mein Gott! Nur wegen deinem Raketen-DLC! Nur wegen dem Raketen-DLC! Er hat ein Raketen-DLC gekauft, Leute! Ey, der eine Typ da oben, was hat der denn für Münzen oder Punkte? Das ist doch... Ja, das... Da spielt eine ganze Familie an dem Motto! Da spielt eine ganze Familie, ja! Jetzt aber bitte keine Regenbogen-Sachen! Alles! Nur keine Regenbogen! Nur nichts Buntes hier! Na? Wie oft hattest du jetzt hier die Kanone zweimal hintereinander? Ich weiß nicht, was du meinst! Ich hatte sie einmal vielleicht! Du hattest zum Schluss auch eine! Ja, aber das war nur die, die niemand wollte! Damit hast du ja dann circa sechs Leute überholt, ne? Die war kaputt! Die hatte eine Fehlzündung! Ach so! Die war beschädigt! Okay, das sieht sehr freundlich aus! Ja! Alles klar! Ich bin vor Quenny! Der zieht mir vorbei hier! Nein! Yes! Ich hab auch noch was bekommen! Oh, alle ziehen bei mir vorbei! Ach ne! Ins Wasser getackelt! Ihr seid ja Schweine! Ihr seid ja Schweine! Ganz ehrlich, Quantum! Und du? Ich hab nichts gemacht! Ja! Auch noch irgendwo da hinten! Oh mein Gott! Hier ist hier eine Kurve! Shit! Ganz langsam geworden! Oh! Jetzt haben wir Plätze verloren! Mist! Ich geh einmal hier... Nein! Das funktioniert ja gar nicht! Oh! Das war ein tödlicher Fehler! Das war... Ich dachte das wäre eine Abkürzung! Das war aber keine Abkürzung! Das war einfach nur Dreck! Das war einfach nur ein bisschen Dreck! Geht mir aus dem Weg hier! Wer will mich denn hier dort abdringen? Oh! Da hinten kommt die Rakete! Ich höre eine Rakete! Oh! Und noch ein Blitz! Quantum muss natürlich wieder mit allen Methoden hier kämpfen! Raketen! Blitze! Das wollte ich nicht! Oh Gott! Ich bin wieder... Langsam geworden! Shit! Oh! Da zieht er wieder an mir vorbei hier! Ja komm! Das kann ja nicht wahr sein! Boost-Cheats du hast! Verdiente Boost-Cheats! Nein! Ich verdauere noch die blöde Straße! Ah! Nicht Straße eben! Nein! 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 Konzentration! Ich bin vierter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Gib mir einen Blitz oder sowas! Auf keinen Fall! Oh, ich habe noch einen Stern! Oh, hier ist eine Banane! Oh Gott! von der Fahrbahn, weil ich zu schnell war. Okay, das ist absolut nicht meine... Yes! Yes! Endlich habe ich auch mal so eine Kanone. Nein! Das ist eine richtige Drift-Map und wie wir wissen, du wolltest es doch heute zeigen. Und ich werde vierter. Oh, ja. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Der gute alte vierte Platz. Da gibt es Punkte. Da gibt es auch Punkte. Da gibt es noch Punkte, Freunde. Oh, nicht letzter. Oh, Quantum. Endlich über die tausend gekommen. Sehe ich gerade. Glückwunsch! Shut up. Ich habe gehört, heute in dieser Folge entscheidet sich alles. War das nicht so? Das war doch in der ersten Runde. Der hat sich alles entschieden schon. Was nehme ich denn? Zuckersüß? Oh, ich nehme Random. Komm. Ich nehme Random. 2, 4, 6, 7. Okay. Also nicht siebenter werden. Am besten Erster. Ja, Quantum. Das wäre eine Strategie. Ich gebe mein Bestes. Nächstes Mal gewinne ich. Das war nicht fair. In welchem Punkt? So, ich bin total aufgeregt. Ja, wenn ich hier verlieren sollte, dann nur, weil ich nervös bin. Oh. Ja, was ist? Haben die jetzt ausgewählt, oder? Meine Güte. Was ist mit den Leuten los hier? Hier, mit Bewegungssteuerung. Ja, so spiele ich. Ich muss mich real zur Seite lehnen. Können wir noch Mitspieler? Okay, Quantum. Jetzt ist eine Blondine dabei. Wenn die... Oh, yes! Was? Keith hat gewonnen. Cool Level. Wenn die Blondine besser ist als du, dann weißt du Bescheid. Ich bin besser als du. Nein, 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 nein. Du hast doch blonde Haare, oder? Nein, nein, nein. Ich bin nicht blond. Das wissen die wenigsten. Du hast blonde, lange Haare. Du bist doch der Hünder. Das ist immer so ein Zöpfchen. Komm schon, jetzt. Es zählt nur eine Sache. Besser als Quantum. Das ist alles, was zählt. Oh, natürlich. Der Bonus verpasst. Hopp, Bayernkies. Hey, hör auf damit. Oh, nein, 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 nein. Da kommt ein Panzer. Den überlasse ich dir. Hat er dich erwischt? Ah, er war ganz knapp hinter mir. Jetzt kommt der Nächste hinter mir. Ich habe nur eine Münze. Ich brauche Münzen. Oder eine Kanone. Yay, BG. Okay, da vorne sehe ich Quenny. Das ist nicht gut, dass du mich siehst. Normalerweise sollte ich ganz weit voraus sein. Ich bin Sechster. Das gibt es nicht. Doch, 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 doch. Das ist so gut wie Letzter, oder? Ich bin nur Sechs mit, oder? Ich glaube, ich hier. Ich bin nur Sechs mit, ja. Hey, wer war denn das? Das war ich. Oh, nein, nein, nein. Geh runter durch die Strecke. Yes, 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 yes. Oh, Mist. Alles versemmelt gerade. Yes. Quantum ist wieder hinten. Alles versemmelt. Das wollen die Fans hier sehen. Das wollen die Leute sehen. Wie Quantum weit hinten ist. Diese Luft schießt er mich ab. Oh, nein. Ich sehe nichts. Ich bin zugeschleimt. Geschleimt. Tinte. Komm, Gas, Gas, Gas. Oh, yes, oh, yes, oh, yes. Gut. Mist, letzte Runde. I need something good. No. Oh, yes. Ich bin Dritter. What? It's impossible. It's impossible. Komm schon. It's impossible. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Yeah. Was für ein Cheat darunter. Das war ja unfassbar. Oh, Gott sei Dank. Alles klar. Alles klar. Quantum mal wieder hinten. Auf den billigen Plätzen, meine Damen und Herren. Gut. Wahnsinn, einmal hat er hier Glück. Gut. Ich denke mal, das wollen alle sehen. Das wollen alle sehen. Das sind über die leichten Maps. Die leichten Maps? Das sind die schwierigen, weißt du? Ich bin halt vorhin über den Experten. Nein, 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 nein. Das sind die schwierigen, weil da ist ja jeder gut. Verstehst du? Und deswegen ist es schwierig, damit diesen ganzen Experten mitzuhalten. Ich gebe mich nicht mit solchen Maps ab, wo eine Kuh rumsteht und so weiter. Weißt du? Das sind die Expertenkarten. Das sind für mich nur ein paar Trainingsdinge. Das sind die geheim. Das sind die geheim schwierigen Karten. Wie ich meine Karte einstelle und so, weißt du? Bis es dann halt so den richtigen Maps geht. Aber ja, ich habe gesehen, die Blondine war vor dir. Jetzt kommt die Entscheidungsrunde. Die letzte Runde hier in dieser Folge. Feige natürlich wieder random genommen. Ja, ich stehe auf Überraschungen. Yes! Oh, D, ja. Okay, wir sind sechs Mann. Wir sind nur sechs Mann. Schade. Die Runde wird entscheiden. Kann Quantum wieder unter die tausend Punkte rutschen oder nicht? Komm schon. Nein, eine Fehlzündung. Immer wenn ich das Maul aufmache. Okay, guter Start. Guter Start bis jetzt. Ich habe Bananen für euch da hinten. Lasst die Bananen quen. No, ich falle aus der Karte raus und habe eine Abkürzung gefunden. Ich habe eine Abkürzung gefunden. Das war eine geheime Abkürzung. Ich verstehe. Es sah nur so aus, als hätte ich keine Ahnung. Aber in Wirklichkeit Ultra-Ahnung. Ach, nee. Ich wollte eben gerade so eine neue geheime Abkürzung verwenden. Und es hat nicht so funktioniert, wie erwartet. Oh Mann, was ist denn hier? Oh, ich hätte weiter driften sollen. Ich, Idiot. Wo bist du? Hinter mir wenigstens, oder? Hoffentlich. Ja, klar. Klar, klar, klar. Gut, klar. Ja, was für eine Frage war. War ja auch umso. War ja. Ja, 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 ja. Oh, Blitz. Ich hasse ihn. Habe ich gerne gemacht. Wow, okay. Okay. Diesen Blitz widme ich meinem besten Feinds, Quantum. Wow, so ist das jetzt hier also. Ich verstehe. Den ich da vorne sehe. Und jetzt elegant überholen werde. Nein, 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 nein. Wow, 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 wow. Nein, 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 nein. Oh Gott, geht am ersten Weg. Alle umgerempelt hier. Kommt schon. Wo ist Quantum? Wo ist Quantum? So weit entfernt von dir. Eben, gerade war er doch noch vor mir. Nein, jetzt habe ich den Bonus verpasst. Oh, Jesus Christ. Okay, okay, okay. Und Konzentration jetzt. Boah, wer düst mich ja vorbei? Ich. Oh, natürlich nehmen sie mir den ganzen Bonus weg. Ah, ha, ha. Yes. No. No. Nieder mit Quenny. No. Nein, ich verpasse jeden Bonus. Das gibt es ja aber nicht. Komm schon. Vor Quantum. Ja, das ist, ich habe jeden Bonus verpasst. Das ist total unfair. Die Entscheidungsfolge. Na, jetzt auf einmal wieder hier. Das ist die Entscheidungsfolge. Yes. Die haben mir jeden Bonus weggenommen. Da konnte man nichts dagegen tun. Oh doch, oh doch. Das war die Entscheidungsfolge. Wir haben es alle gesehen. Das zählt nicht. Quantum war mal wieder hinter mir. Und wir Freunde. Was heißt hier, war mal wieder? Mal wieder. Wochenlang war er hinter mir. Das sind Lügen. Er war auch in einem Bootcamp. Ja, er war in einem Bootcamp. Gestern eingeflogen nach Japan. Hat nichts gebracht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Immer danke fürs Zusehen. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.